Nach Absolvierung des Moduls 3 können Sie einschätzen, wie und wo Medien in Lehr- und Lernprozessen sinnvoll genutzt werden können. Sie lernen klassische mediendidaktische Szenarien kennen und können die Effizienz von Medieneinsatz für den Unterricht einschätzen. Außerdem erfahren Sie, wie Unterrichtselemente durch den Einsatz von Medien bereichert werden können. Informationen überdauern Raum und Zeit. Bildung basiert auf Erfahrungen. Erfahrungen macht der Mensch im Jetzt. Neue Informationen werden aufgenommen und mit bereits vorhandenen Informationen in Beziehung gesetzt. Sie werden bestätigt, hinterfragt, verändert und gespeichert. Wie kommen Informationen bei Menschen an? Bei allen Informationsübertragungen hängt die Verarbeitung von zwei Faktoren ab. Die Menge an Information und die Zeit, die zur Verfügung steht. Früh wurde erkannt, dass aufgezeichnete Information mit Zeichnungen oder Geschriebenes das Jetzt überdauert. Bestimmte Medien verlängern sozusagen das Jetzt. Je nach Medium können Informationen wiederholt abgerufen und weiter transportiert werden. Somit helfen Medien dabei, zeitliche und räumliche Distanzen zu überwinden. Aktuelle Technik ermöglicht eine verlustfreie und preisgünstige Datenspeicherung und Datenübertragung. Heutzutage kann eine handelsübliche Festplatte mit einem Terabyte den gesamten Text von etwa 500.000 Büchern speichern. Digitale Kopien ebenso gut wie das Original oder sogar besser? Digitalität ist nicht per se ein Vor- oder Nachteil, jedoch ist die unmittelbare Erfahrung einer Sache kaum zu übertreffen. Der Mensch versucht mit Hilfe von Medien diese Erfahrungen abzubilden und so wieder erlebbar zu machen. Denken Sie an ein Pferd. Hören wir Berichte über Pferde haben wir schon viele Informationen. Durch Bilder werden diese noch detaillierter. Filmmaterial mit Ton macht die Erlebnisse lebendiger. Trotzdem ist das Erleben anders, als könnte man sich persönlich mit dem Tier beschäftigen, es riechen und berühren. Die Menge übertragener Information innerhalb einer bestimmten Zeit ist ein wichtiger Faktor. Im Unterricht fehlt es meistens an Zeit oder der Aufwand ist zu groß, um möglichst alle Sinne anzusprechen und so Lernen unmittelbar erfahrbar zu gestalten. Je umfassender und besser die Qualität von Lehrmedien ist, umso eher reicht die Wahrnehmung an die unmittelbare Erfahrung heran. Es gibt aber auch mediale Abbildungen, die mehr Einblicke bieten als das Original. Beispielsweise kann eine Animation über die Struktur eines Bakteriums die Bestandteile umfassender erklären als eine rein mikroskopische Aufnahme. Bis vor wenigen Jahren waren digitale Bilder oder digitale Musik schlechter als ihre analogen Varianten. Heutzutage ist der Unterschied zum Original kaum auszumachen. Die Digitalisierung eines Artefakts ist dann gelungen, wenn keine Qualitätseinbuße erkennbar ist. Ordnung ist das halbe Leben. Büchereien sind wertvolle Wissensspeicher. Werden die Bücher dort gut sortiert und in einer Systematik zusammengefasst, lässt sich dieses Wissen auch gut durchsuchen. Stellen Sie sich vor, Sie suchen in einer Menge von tausenden von Büchern ein bestimmtes Buch. Ohne Systematik werden Sie wohl Tage, Wochen, wenn nicht Monate damit beschäftigt, dieses eine Buch zu suchen. Digitale Technologien können uns dabei helfen, Informationen zu organisieren. Riesige digitale Informationsmengen werden somit erfassbar und verhältnismäßig einfach durchsuchbar. Der Wunsch nach dem vereinfachten Zugriff auf Medien und deren einfache Organisation ist keineswegs neu, wie die historische Darstellung von Ramellis Bücherrat aus dem 16. Jahrhundert zeigt. Eine rein mechanische Maschine ermöglichte einen raschen Zugriff auf mehrere offene Bücher und zwar ohne, dass der Arbeitsplatz verlassen werden musste. Dies lässt sich gut mit unserer heutigen Arbeitsweise vergleichen. Wir haben oft mehrere Programme oder Browser-Tabs auf unserem Computer-Desktop geöffnet. Die Lernmaschine, ist das möglich? Seit es Medien gibt, wird die Diskussion geführt, ob Lehrpersonen durch mediale Abbildungen ersetzt werden. Hat ein Film, der eine Lehrperson beim Unterrichten zeigt, den gleichen Effekt auf Schülerinnen und Schüler, wie wenn diese die Lehrperson persönlich im Unterricht erleben? Die Wirkung von Lehrfilmen wurde vielfach erforscht. Auch wenn Autodidakten daraus durchaus einen Nutzen ziehen können für schulisches Lernen, sind sie nur bedingt verwendbar. Während sie dieses Video ansehen, kann dieses nicht darauf reagieren, ob sie gerade sehr aufmerksam, interessiert, gelangweilt, überfordert oder einfach nur müde sind. Schulischer Unterricht ist nur erfolgreich, wenn er individuell und persönlich stattfindet. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Dieser Satz stammt von Jorge Santayana, einem spanischen Philosophen, Schriftsteller und Literaturkritiker des 20. Jahrhunderts. Das Zitat verdeutlicht die Geschichte der Lehrmedien. Neue Technologien wurden und werden immer wieder als Lernmaschine angesehen. Der Nürnberger Trichter hat sich zu einem Synonym mit ironischem Unterton für Lernmaschinen entwickelt. Den Schülern und Schülerinnen soll mit entsprechender Gerätschaft Wissen eingetrichtert werden. Mittlerweile ist hinreichend bekannt, dass technische Hilfsmittel für den Körper das Lernen nur bedingt beeinflussen. Das eigentliche Lernen findet im Gehirn der Lernenden statt. Durch den Einsatz von programmiertem Unterricht, Schulfernsehen, Notebookklassen und Sprachlabors wird ein Unterricht nicht automatisch besser. Der Mehrwert beim Einsatz von Medien muss genau überprüft werden. Andernfalls läuft man Gefahr, dass der Unterricht durch die eingesetzten Medien nicht verbessert wird. Die Auswahl technischer Hilfsmittel und deren Einschätzung über den Mehrwert im Unterricht definieren den Aufgabenbereich der Mediendidaktik. Eine lebenslange Suche, aber wo fängt man an? Mediendidaktiker und Mediendidaktikerinnen bedienten sich vielfach technischer Lösungen aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Unterhaltungselektronik, Telekommunikation oder Datenverarbeitung. Sie suchten anschließend nach möglichen Anwendungen vor dem Hintergrund ihrer vielfältigen didaktischen Problemstellungen. Dass diese Anwendungsweisen nicht von der Dringlichkeit eines echten Bedarfs motiviert waren, trägt sicher zu schwachen oder jedenfalls häufig nicht belegbaren Wirkungen mit bei. Eine beachtenswerte Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang der Entwurf des US-amerikanischen Computerpioniers Alan Kader. Er hat bereits 1972 in seinem Artikel A Personal Computer for Children of All Ages die kühne Vision eines mobilen Endgerätes entwickelt. Dieses Gerät basiert auf zukünftigen Technologien und Einsatzmöglichkeiten im Rahmen unterschiedlicher didaktischer Szenarien. Dieser Ansatz betrachtet zuerst, was didaktisch sinnvoll sein könnte und aus dieser Notwendigkeit wird die Konstruktion eines Gerätes abgeleitet, lange bevor die technischen Möglichkeiten dazu vorhanden sind. Diese Herangehensweise unterscheidet sich fundamental von jener, die für ein vorhandenes Gerät eine didaktisch sinnvolle Anwendung sucht, um binnen kurzer Frist zum praktischen Einsatz übergehen zu können. Lehrende sind kaum in der Lage, moderne Gerätschaften selbst zu entwickeln, aber es bleibt noch immer ein anderer sinnvoller Weg offen. Wenn wir in einer Unterrichtssituation erkennen, dass sie noch nicht optimal funktioniert, dass es Probleme gibt, dass etwas besser laufen könnte, können wir uns fragen, ob es eine technische Lösung dafür gibt. Anschließend zu suchen und eine technische Unterstützung zu finden, ist sicher die bessere Vorgehensweise, als jedes x-beliebige neue technische Gerät aus Prinzip als Lehrmittel zu sehen und in irgendein didaktisches Szenario einzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.